Waltraud, wenn du jetzt nicht aufhörst zu schaukeln, dann spiele ich nie wieder mit dir. So! Das geht auch ohne Bestrafung, wie das geht. Los geht's! Opa, du willst, dass Waltraud mitmacht, oder? Ja! Opa braucht Kooperation. Waltraud, und du möchtest selber entscheiden, wann du aufhörst zu schaukeln? Ja! Waltraud braucht Autonomie. So, Opa, was machst du da jetzt? Ja, ich frage jetzt Waltraud. Waltraud, was willst du jetzt? Noch dreimal, oder fünfmal, oder sogar zehnmal noch schaukeln? Du entscheidest. Achtmal! Okay! Eins, zwei, drei, vier... Geht doch! Vier! Halt Waltraud, nicht die Blume abreißen! Ich bin dann ganz sauer! Das geht auch ohne Bestrafung! Mach mit! In den Kommentaren, wie könnte deine Reaktion aussehen ohne Bestrafung? Tauscht euch aus und lernt dazu!